Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem zweiten Herstyle Video. Ich habe mich schon sehr drauf gefreut, weil ich habe es ja schon angekündigt, dass ich mich von jemandem ganz bestimmtes inspirieren lassen habe. Und ja, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Es ist Blake Lively, die wunderschöne Serena Wenderwoodson Charakter aus Gossip Girl. Ja, warum, weshalb, wieso? Ganz einfach. Sie ist wunderschön. B hat sie einen ganz natürlichen Style, auch Hairstyle immer gehabt in den Staffeln. Und das fand ich immer ganz cool. Und ich habe sie persönlich auch schon so getragen und deswegen dachte ich, komm, ich zeige es euch heute ganz einfach. Drei Hairstyles, wunderschön und auch einfach. Dieser ist jetzt perfekt für einen Abendlook bzw. mal zur Party oder zum Essen gehen, wie auch immer. Oder auch für das tägliche, wie ihr das wollt. Und dann noch zwei andere Hairstyles, weil sie immer sehr natürlich ist. Und das mochte ich sehr. So halt, messy hair don't care. Ich mag das auch persönlich sehr, weil ich morgens nicht so viel Zeit habe und mir die Haare föhnen kann oder ganz viel locken kann oder was auch immer. Jetzt hatte ich mal Zeit, deswegen das gleich als allererstes. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr es auf jeden Fall ausprobiert. Ansonsten lasst mir gerne ein Abo da und bleibt natürlich jetzt dran für die Haarsides. XO, XO! Mua! XO, 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 XO Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.